So, diesmal probieren wir Amugusio und ey, ich habe vorerst noch eine Testrunde gemacht. Ich weiß nicht, ob das Game funktioniert. Ich weiß nicht, ob es bei mir funktioniert, ob es bei mir funktioniert, ob es bei mir nicht mehr anders ist und so. Auf jeden Fall, das ist das Gamezio, wo man sich sozusagen Space erwirtschaften kann. Er kann mir den Weg abschneiden. Und ich muss halt danach mein Space vergrössern. Muss ich das überhaupt bekneiden. Ich darf nicht den Weg abschneiden. Von einem anderen. Und es funktioniert von daher, wie es der Lederweil auch. Eben, den Weg nicht abschneiden lassen. So, wie wenn das... Mein Pfad ist sozusagen wie ein Wurm. Eigentlich. Ich denke jetzt wirklich der Winner. Noch mache das so ein bisschen rundherum laufen. Nein. Was hat er jetzt gedacht? Hat er meinen Weg abgeschnitten? Hä? Ja, kann sein, dass er... Ah, also... Es kann sein, dass er oben in den Weg abschneiden hat. Wie so ein Gok wird länger. Wie so ein Amogus Gok. Wie so ein Gok. Haha. Ah ah. Zwei Fronten gekriegt. Stahle ihn gerade. Und alles. Ich sehe es schon. Jetzt habe ich in den Weg abschneiden. Jetzt habe ich in den Weg echt abschneiden. Ich bin mir nicht ganz sicher, was die Fläche bringt. Ob das irgendwie so ein Safe Territory etwas bringt. Oder ob das sozusagen um einen Punktzahl ist. Ich habe das jetzt gesehen. Das ist jetzt halt nicht mehr ein Amogus Gok. Sondern mir ein Amogus Plopp. Sobald mir der Pfad zu sich ins Heimatland geschlossen hat. Ist eigentlich safe. Dann wird meine Fläche attackiert. Ja. Fläche hat voll gerecht verteidigt. Hey. Da geht man ja in meine Fläche. Ja. Da geht man ja in meine Fläche. Was ist mit Maus? Fuck. So. Irgendwas Plus gesehen. Ich kann es auch. Das ist auch. Das größte Verhältnis. Amogus King. Nice. E-Beam. Das ist auch. Das ist auch sehr. Die Gebietskämpfe sind uns eben nicht erbittert. Ich lasse mal den Green hier reden und versuche hier den Kog rein zu rammen. Nein, jetzt hat er mich klar, fuck. Naja, wir sind doch als Zeidchen der King gewesen. Immerhin etwas, wir finden schon noch unseren Trost. Das ist eigentlich noch meinstens gut. Ich denke gerade, dass ich eine Fläche machen kann. Also doch, es ist leider so nett. Nein, 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 nein. Man kann von Fläche zu Fläche ein Risiko aufbauen, wo man abgeschnitten werden kann. Aber sobald man wieder seine Fläche reicht, ist man einfach safe. Von dem her. Also so bin ich Sex. Also ich kann eigentlich ganz kleine Bälle machen. Und ich kann natürlich auch so eine Art Figur machen. oder so Ausbuchtungen, wo ich leichter zwischendurch kann. Also es könnte so eine Strategie sein, dass man sich so wie ein Krebsgeschwür. Aber so ein bisschen, habe ich mich jetzt selber besiegt. Geht das auch? Also kann man selber seine Linen kreizen, sozusagen. Ja, das muss ich sagen. Und dann kommt das. Das probieren wir gleich noch mal kurz. Auf jeden Fall kann man so ein bisschen geschwürmässig, so wie so ein Schweizer Käse fast. Ja, voll, man kann sich selber killen. So, ich werde nicht mit dem wie vieler die Fenstrahl als ich mache. So, ihr könnt das noch mit dem wie vieler Kind ausfüllen. So, ich werde jetzt noch mal kurz vor, es muss ich zeigen. Also weiß ich mich persönlich. Und dann bin ich das auch immer wieder. Also weiß ich mich, wenn ich mich trotzdem so ganz neu. Es sag ich mir die Tag aus. Okay, schon mal kurz? So, wir werden jetzt hier die Zeit? Also wenn ich es euch die Zeit überfüße, man, ich glaube mal kurz vor mir geht es so感濃ert. So, wir werden euch wieder Party auf, Vielen Dank. Vielen Dank. Fuck, das hast du gekillt. Ja, irgendwie mit der Maus ist das in diesen Genussuchen so links oder rechts. Also, I think I've started speaking German and now I'm meaning in English somehow. Oh, but I actually was speaking Swiss German. Glaube ich eigentlich. Ich hab mich nicht will, ich hab dich. Ha, krass. Oh, krass myself. Nicht nachgedacht hab ich hier. Players killed one, myself. Ähm, das einzige Problem, aha, ich hab das Problem, dass KBSs, äh, ein Fenstift und, äh, ein Fenstift. Genau, weil ich hab das eigentlich auch extra abgeschalten, meinte ich. Aber das ist natürlich ein Problem, da ich jetzt, äh, im zweiten Monitor, halt aus dem Fenster rutschen kann, sozusagen. Also, ich hab da in meinem Window Manager, glaub ich, im Allgemeinen abgeschalten, dass ein, ein Programm, wie eben der Browser, überhaupt, äh, die Fähigkeit hat, ähm, ähm, die, äh, die, äh, die, äh, in, in, in Pointer, ähm, ähm, zu fixieren, kann man sagen. Und er hat die Maus, äh, für sich alleine zu beanspruchen. Okay. ... ... The red spread. No! Ah! Fuck! Here you go, I got here. Ah, we got to live with ads. But honestly, I doubt we are the demographics or the people playing this game are the demographics to buy a car. What the, you know, who knows? I'm going to stop. I'm going to stop. Okay. All right. I'm going to stop. Okay. All right. What's the difference? Ha! Disfraunt the king. Hathaya. Fuck! He got me. No, no. He got me. Come on. Okay. I can actually see my blob, my cancer blob on the map. Come on. I can actually see my left hand. Oh, fuck. Hungry. Go. We are way up in the north, so let´s get a little... Noooo! Ah, we were too bold here. Too bold. Ok, now we are in the center room, so we can do the cancer tactics. Nice. Now, you cut my mouth first, ok? Ok, so we are way out. Ok. 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 Vielen Dank. Very, very narrowly. Sometimes the mouse really does lag a little. I really didn't see it now. What was that? We weren't even at our best now. Although, I mean, using the water worked rather well. But I didn't get what killed me now. Maybe it counted as crossing myself. I don't really know. But we have one more worm so far. A little showcase. Maybe I will play it a little later. It's actually pretty fun. It's kind of like the worms, but it's a little more you can go, oh, I'm safe now. And then, oh, I'm risking. You can play a little with that. So it's kind of, I feel a little more fun. But yeah, okay, bye-bye. Bye-bye.